herzlich willkommen zu einer neuen folge von impulsiv tv fernsehen wie es sein soll wir sind heute zu gast im berlin tempelhof im büro des abgeordneten noch abgeordneten alexander king von der linken herzlich willkommen sage ich ihnen obwohl wir bei ihnen zu gast sind herzlich willkommen in tempelhof noch in ihrem büro kann man sagen nicht wahr noch ist es ja weshalb noch können sich kurz erläutern ja weil es in berlin eine wiederholungsfrage geben hat am 12 februar und ist leider nicht wiedergewählt worden bin und deswegen dieses büro jetzt zur monatsmitte aufgeben beziehungsweise an einen nachfolger aus der linksfraktion übergeben werde das ist interessant aber gleichwohl wird ja nicht über sie diskutiert weil sie jetzt auf dem abgeordnetenhaus gewählt worden sind sondern weil sie unter anderem auch der organisator der demonstration am brandenburger tor vergangenen samstag sind einer der organisatoren möchte ich sagen ja sie wurden zum schluss von alle schwarzen auf die bühne geholt und man kann ja sagen diese demonstration hat ja noch hält ja noch an die diskussion er hat ja für einige aufregung gesorgt milde ausgedrückt hatten sie das eigentlich so erwartet haben sie ihr ziel erreicht oder sind sie schockiert erstaunt wie ist jede gemütlingslagerung getan alles was jetzt gerade gesagt haben trifft zu erst mal muss ich sagen gut dass sie gesagt haben einer der organisatoren weil das stimmt der organisator aber ein teil eines sehr kleinen teams wir waren unheimlich wenig leute und hatten ja keine unterstützung jetzt durch apparate von gewerkschaften parteien umwelt- oder sozialverbänden sondern wirklich seine grasworte mobilisierung und dazu kommt dass es ja auch sehr kurzfristig war also haben sie ja vielleicht mitverfolgte veröffentlichung des manifest für frieden das war am 10 februar und dann am 25 war eben schon die kundgebung und in dieser kurzen zeit mussten wir ein paar leute das auf die beine stellen und ich würde jetzt sagen ja natürlich bin ich zufrieden mit dem was wir geschafft haben in der kurzen zeit auf jeden fall also die teilnehmerzahl hat uns erwartungen weit übertroffen die organik war es denn nun das hieß ja 13.000 sie haben behauptet 50.000 plus was was kann sich der geneigte zuschauer der subjektive objektive beobachter jetzt vorstellen weil es waren sehr sehr viele das können wir glaube ich wirklich festhalten und natürlich auch weit mehr als 13.000 ich denke mal dass die polizei diese 13.000 festgemacht hat an dem ursprünglich von ihr abgesperrten bereich oder das was wir als kundgebung eben angemeldet hatten so kann ich mir erklären weil ich glaube jeder der da war oder der fotos oder filmaufnahmen gesehen hat er wird mir recht geben natürlich waren es weit mehr als 13.000 leute das kann man schon daran erkennen dass die polizei ja selbst zeitweise die umliegenden u-bahn und s-bahn stationen sperren musste und die züge nicht mehr hielten weil einfach ja da zu viel los war und leute wurden ja auch großflächig und das ganze kundgebungsgelände umgeleitet weil zwischendurch wegen überfüllung geschlossen werden musste und 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 ich habe gehört alle regionalzüge nach berlin waren an den vormittag rappelvoll und ich habe auch selber noch erlebt noch stunden nach der kundgebung als ich am s-bahnhof friedrichstraße war waren da alles noch voll von der kundgebungsteilnehmer auf der abreise also von daher und sie kennen ja auch die busse die aus ganz deutschland kamen und so weiter also das waren mehrere zehntausend ist dabei der sie leute bitterungsbedingungen auch und dazu kam ja die bitterungsbedingungen ich weiß auch dass leute mit zu internet tools da gerechnet und irgendwie herausgefunden haben da gibt es unterschiedliche aussagen 35.000 sagen manche 48.000 andere wieder errechnet er selbst die taz spricht ja übrigens mittlerweile von 29.000 und die taz ist ja unsere kundgebung vielleicht kommen wir dazu ja noch nicht so wohl gesonnen gewesen also von daher kann man glaube ich die 13.000 der polizei wirklich getrost vergessen es waren sehr viele und wir waren vor allem natürlich also wir haben überrascht wegen der kürze der mobilisierungszeit auch wegen der begrenzten möglichkeiten zur mobilisierung es macht einen unterschied aus ob man jetzt selber die möglichkeit hat zum beispiel busse in ganz deutschland zu organisieren über einen gewerkschaftsapparat oder ähnliches oder ob man quasi darauf angewiesen ist dass die leute das dann selber in die hand nehmen und drittens waren wir natürlich überrascht weil wir bei der einfach bei der bitterung überhaupt nicht damit gerechnet hätten dass so viele leute auf die straße gehen also ich fand es großartig ich wollte aber noch kurz fortsetzen warum ich auch zufrieden war mit der organisation und insbesondere war ich zufrieden und wahnsinnig erleichtert dass die ganzen ungenrufe die im vorfeld diesen vorfeld gegeben hat also wieder in jetzt diese kundgebung ablaufen würde und werde alles angeblich hin mobilisieren würde dass sich das alles nicht erfüllt hat also was haben wir alles gelesen im vorfeld der kundgebung es gäbe eine massive rechte mobilisierung auf die kundgebung haben wir gelesen und wir haben mit gegen kundgebungen gegen demonstrationen gerechnet und 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 das alles hat nicht stattgefunden hat eine große friedliche sehr schöne kundgebung mit ganz stink normalen leuten ohne afd fahren ohne deutschland fahren ohne russland fahren das hat alles nicht stattgefunden und von daher war ich sehr sehr froh und hat sich das dann von der bühne aus alles so gesehen habe wer kriegen sie haben von der bühne gesehen ich war einer der gäste der demonstration natürlich ein journalist mit flankiert von journalistischer distanz aber ich muss ihnen sagen dass ich wirklich ein nationalisten gesehen haben der auch nationalistische töne spuckte allerdings hat er eine ukrainische fahne in der hand der demokratischen demonstration hatte mich sehr erstaunt dass das gar nicht weiter thematisiert wurde ich glaube auch dass dort teilnehmer dabei waren aus dem deutschen nationalistischen umfeld die sich schon seit langer zeit mit dem ukrainischen nationalistischen umfeld hundertprozentig solidarisieren aber das wird ja nicht weiter reflektiert deshalb mehr ja guckt man ob zehn rechtskonservative vielleicht unter einigen zehntausend sind meine frage noch mal was ja spannend ist wieso sind sie eigentlich einer der organisatoren der fabriere verhältnisse sind sie ein vertrauter von frau wagenknecht oder von frau schwarzer oder wie kann man sich das vorstellen man weiß ja zum beispiel dass zur öffnung dieses büros in vergangenen jahren frau wagenknecht extra vorbeikamen und hier eine rede gehalten hat auch zum beispiel ja wie ist ihr verhältnis zu sauer wagenknecht wir könnten das geschreien also was ich hier nicht mache weil das machen andere leute und das finde ich manchmal ein bisschen abgeschmackt also ich bezeihe mich jetzt nicht als vertrauter oder sonstwas von sarah wagenknecht das ist einfach so wir kennen uns seit über 20 jahren und wir haben natürlich politisch ähnliche vorstellungen und sind also ja mitstreiter die sich gegenseitig unterstützen und als sara wagenknecht hat ja auch nicht nur meine büroeröffnung hier unterstützt mit einer rede sondern sie war ja auch im januar erst auf einer wahlkampfgrundgebung die ich hatte in schöneberg hat sie auch hier im bezirk wo sie offen dafür geworben hat sie und ihre mitstreiter zu wählen mit erststimmen sozusagen aber sie nicht für die berliner linke ausgesprochen hat mich war eine etwas ansurde situation ja das war insofern also sie hat sich ja auch nicht gegen die linke ausgesprochen aber nachdem nach der ankündigung ihres auftritts also es da doch wirklich so auch feindselige äußerungen aus dem part aus dem landesvorstand gegeben hat gegen unsere veranstaltung war jetzt wahrscheinlich also ich will sie jetzt nicht interpretieren aber geht er könnte mir vorstellen dass da vielleicht jetzt das bedürfnis den berliner landesverband nochmal explizit auch zu unterstützen war da vielleicht nicht mehr so groß kann sein aber sie war unserem bezirksverband gegenüber immer sehr solidarisch und wir kennen uns und so kam das eben zustande dass ist daneben auch in diesem vorbereitung team war die sagten eben sie kennt vor wagenknecht seit über 20 jahren und wir haben die gleichen politischen vorstellungen aber die politischen vorstellungen vor wagenknecht vor 20 jahren zu heute haben sich auch ein bisschen geändert ihre dann auch parallel dazu oder wie kann man sich den politischen denkprozess vorstellen oder haben sie immer gewartet was war wagenknecht dachte und dann auch so gedacht oder kam das jetzt als transformation von beiden sozusagen ich würde das nicht ich würde das nicht so beschreiben also ich finde dass sache wagenknecht und ich würde es auch für mich selbst in anspruch nehmen durchaus im grunde bei dem geblieben sind was wir schon immer verlegte politik gehalten haben also ich will nur das im moment am meisten diskutierte beispiel ich bin in die linke eingetreten und in pds damals noch wegen der friedensfrage das war die zeit des jugoslawienkriegs also ich bin schon vorher eingetreten aber es war die zeit in der in deutschland über das kann sich gar nicht mehr vorstellen also wirklich diskutiert hat diskutiert wurde darüber ob die bundeswehr überhaupt im ausland irgendwas zu suchen hat und da fand ich damals hat die pds eine gute ich würde sagen linke position eingenommen das hat mir gefallen und so bin ich zu linken gekommen und die position diese friedenspolitische position der linken ist mir heute noch wichtig ich würde sagen da haben andere ihre position verändert nicht wir und das gilt auch in der strategischen schwerpunktsetzung in der ansprache der zielgruppen für linke politik würde ich auch sagen da sind saar wagenknecht und und ich vielleicht auch noch viele andere bei der linie geblieben die wir insbesondere dann auch bei der gründung der linken hatten also dass wir uns an die menschen wenden wollen die im arbeitsleben stehen die schwierige arbeitsbedingungen haben die zu niedrige löhne haben die sich jetzt auch um den frieden sorgen vielleicht auch um ihre sicherheit hier in deutschland und um die wirtschaftliche entwicklung das halte ich für eine ganz klare linke ausrichtung und da haben wir nicht unsere position verändert sondern da stelle ich fest dass in der linken teilweise da diskussionen und verschiebungen aufgekommen sind die eben jetzt auch zu bestimmten erschwannungen führen bestimmte spannungen sagen wie man kann fast sagen eine zerreißprobe möchte ich behaupten frau wagenknecht hat angekündigt dass sie nicht mehr für die linke für den bundestag kandidieren wird halten sie das für eine momentaufnahme oder ist das ein der beginn eines weiteren entfremdungsprozesses von der partei die linke von frau wagenknecht und was bedeutet das für sie für die als politischer aktiver mensch in der linken also die entfremdung den entfremdung oder die politische auseinanderentwicklung die lässt sich jetzt sehr ganz gut beschreiben an diesem wie wir eingestiegen sind an dem aufstand für frieden und die reaktion des parteivorstands und auch der landesvorstände so der der oberen und mittleren funktionärsebene und ich finde da kann man ziemlich viel dran sehen also wir haben ich hätte mir das nie träumen lassen muss ich ganz ehrlich sagen dass eine so große so wichtige bedeutende friedensgrundgebung in berlin stattfindet und die linke ist nicht dabei das hätte ich mir nicht träumen lassen und nicht nur dass die linke sie distanziert sich davon sie demobilisiert regelrecht sie versucht leute von der teilnahme im grunde abzuhalten und was das schlimmste ist und ich glaube das ist wirklich das also was wirklich zur entfremdung auch noch mal beiträgt sie beteiligt sich als stichwortgeberin an einer wirklich üblen kampagne vielleicht kommen wir da noch drauf die den initiatorinnen des aufstands für frieden aber auch allen die damit zu tun haben auch mir in den letzten tagen wirklich übel ins gesicht geschlagen ist da hätten wir natürlich da würde man unter normalen bedingungen erwarten dass die organisation wenn man selber angehört irgendwie hinter einem steht und wenn man dann feststellt nee also tut sie nicht sondern sie beteiligt sich sogar noch an der kampagne dann finde ich ist dann auf jeden fall sichtbar eine politische entfremdung vielleicht auch politische spaltung ich rede jetzt noch nicht von einer organisatorischen spaltung aber der der also das ganze da geht es ja nicht nur um sarah wagenrecht für wen sie wann wie wo kandidiert sondern da geht es um einen politischen konflikt um eine demontage möchte ich sagen sie wird ja auch versucht als öffentliche person wirklich infrage zu werden hat sie das wirklich verwundert sie hätten doch damit rechnen müssen dass eine erfolgreiche veranstaltung im sinne von einer stark besuchten stark frequentierten veranstaltung natürlich auch den kreisen in der republik den kreisen aus politik und medien oder aus medien und politik wie immer man das sehen möchte vielleicht ein dorn im auge ist ein strecken ein jagd was auch immer hat sie das wirklich verwundert oder haben sie geglaubt die gehen sofort zur tagesordnung über also mit die meinen sie jetzt die medien die die öffentliche politiker nein natürlich hat die öffentliche meinung natürlich hat mich das nicht gewundert das ausmaß allerdings hat mich schockiert und das gebe ich zu natürlich ist dieser also in dieser widerstand auf den welt stoßen ist ja ausdruck unseres erfolgs also wenn der jetzt nicht was meister total unbedeutende kundgebung gehabt hätten mit wenig leuten und auch politisch uninteressant und so dann hätten wir natürlich nicht so viel wenn wir nicht so viel was soll nehmen überschüttet was war da erfolgreich die mobilisierung durch das manifest die unterschriften anzahl oder die teilnehmerdemonstration oder beides die millionen ich glaube beides aber ich würde schon sagen die große zahl an teilnehmern und dass sich eben nicht erfüllt hat was vorher ein aussprecher wurde das muss offensichtlich dem politischen establishment und auch den mainstream medien also einen regelrechten schock versetzt haben denn was wir seither erleben ist enorm ich meine es einerseits ist es gut dass viele bei uns geschrieben und auch diskutiert wird der bundestag hat sich eine ganze woche lang irgendwie mit unserer kundgebung beschäftigt hatte man so das gefühl also der oppositionsführer friedrich merz hat jetzt nicht mehr die bundesregierung im visier weil es ja seine aufgabe wäre die anzugreifen sondern beschäftigt sich in seiner aussprache lieber mit sarah wagenknecht und dem aufstand für frieden und greift uns an das zeigt also ja auch wie die wertigkeit und die wichtigkeit das wurden dass das natürlich auch in den medien gerne auch kritisch dass wenn ich das problem aufgegriffen wird ist ja auch gut nur wie mittlerweile die medien da an dem punkt funktionieren das hat mich obwohl ich ja eigentlich über ein jahr lang medien politischer sprecher der linksfaktor der abgeordnete war und ich glaube ich schon ganz gut auch mit medien und medienpolitik auskennen hat mich trotzdem wirklich schockiert weil wir es ja auch teilweise mit öffentlich-rechtlichen medien zu tun haben an die ich eigentlich einen anderen anspruch habe würden sie in diesem zusammenhang denn vielleicht von meinungsmacher und medienpand manipulation reden durchaus also das ist was wir mit meinungsmacher zu tun haben ich glaube es ganz offensichtlich es werden ja stimmungen erzeugt auch gefährliche stimmungen wenn ich lese sah wagenknecht ist die gefährlichste frau deutschlands eine gefahr für die demokratie und vieles mehr dann ist das natürlich meinungsmache und stimmungsmache und ich halte das wirklich für ja also für gefährlich und damit meine ich jetzt nicht nur für gefährlich für die betroffenen also für sarah wagenknecht oder alice schwarzer das ist es auch das darf man nie vergessen aber es ist auch gefährlich für die gesellschaft insgesamt und es ist natürlich manipulativ also wenn ich in der zeitung lese unsere kundgebung wäre von russland fahnen dominiert gewesen jeder der sich nur mal ein foto von der kundgebung anschaut oder eine videoaufnahme oder der am besten selber vor ort war weiß dass da gar keine russland fahnen waren kann ich gestehen also das da frage ich mich wirklich wie kommt jemand dazu dann trotzdem sowas zu schreiben das ist ja ganz offensichtlich manipulativ und ich finde das ist auch manipulativ wenn zum beispiel im tagesspiegel unter der überschrift wer wurde von der von wagenknecht und schwarzer angezogen also quasi der anspruch erst mal gemacht wird wir gucken mal wer kam denn da so und dann wird aber nur über eine handvoll von versprengten rechten oder irgendwelchen keine ahnung corona leugnern oder dass ich was berichtet aber 99 prozent derer die da kamen die da angezogen wurden die spielen dann in solchen artikeln überhaupt keine rolle und das ist dann zwar jetzt da kann man jetzt zwar nicht sagen die haben jetzt gelogen weil diese leute waren ja wirklich da aber ich finde eine seriöse berichterstattung muss ja das ganze bild zeigen und nicht nur einen kleinen ausschnitt und das schlimmste daran ist ja dass man eigentlich diese kleinen versprengten rechten truppenteile der versucht haben irgendwie heranzukommen oder auch einfach das als kulisse zu nutzen mit selfies und so dass man die viel größer macht als sie wirklich waren also da finde ich arbeitet man im grunde ja den rechten noch zu indem man das aufbläst was was ihre präsenz vor ort da betrifft und von daher ja meinungsmache würde ich schon sagen hat stattgefunden und findet statt und massive manipulationen alle keine kleider aber als möchte ich noch sagen was mich auch wiederum erstaunt ich stelle fest dass es gar nicht mehr so verfängt da wobei die leute doch sehr viel autonomer sind und sich ihre meinung wirklich selber bilden und eben nicht mehr alles glauben dass man ihnen so vorsetzt da bin ich immer wieder baff und das das macht auch hoffnung finde ich glauben sie denn dass sie jetzt dadurch durch das medien echo durch die veranstaltung selbst neue zielgruppen erschlossen haben vielleicht die auf ihre politischen ansätze erst mal gestoßen sind dadurch vielleicht haben sie den eindruck also bad press ist man auch gut press ja möglicherweise besser als gar keine wahrscheinlich stimmt beides also ich weiß natürlich dass ich habe ja auch viele e-mails bekommen in den letzten wochen ich weiß auch von leuten die gesagt haben ja dass wir haben das manifest unterschrieben aber zur bundgebung jeweils lieber doch nicht weil wer möchte schon zusammen mit afd leuten demonstrieren das gab es natürlich es gab eine das war ja auch ziel der kampagne es gab eine demobilisierung auf der anderen seite gibt es aber eben doch auch erstaunlich viele leute die sich davon gar nicht beeindrucken lassen und ich würde sich von neuen zielgruppen sprechen und ich würde davon sprechen dass viele leute in ihrem politischen in ihren politischen überzeugungen überhaupt erst mal wieder abgeholt werden also leute die vielleicht von der herrschenden politik demobilisiert waren weil sie nämlich gar nicht das gefühl hatten dass das was sie zu friedenspolitik oder auch in anderen fragen gesellschaftlichen fragen so denken dass das irgendwo in adressaten hat oder dass sich irgendjemand dafür interessiert und diese leute das habe ich eben auch in einem publikum gemerkt seine ganz normale leute irgendwie das ehepaar aus neustrelitz die rentnerin aus pirna und so weiter dass diese leute überhaupt wieder sich als politische subjekte verstehen das finde ich ist ein riesen fortschritt und dafür hat sich das auch gelohnt es gibt ja kritiker unserer gesellschaft die behaupten wir leben a in postdemokratischen gesellschaften und b in einer mediokratie also eine herrschaft der medien haben sie das gefühl dass da was dran sein könnte nach diesen erfahrungen die sie gerade skizziert haben geschildert haben ja das das mediener ja sicher also das erinnert ja ein bisschen an die an das buch von brecht und melzer die vierte gewalt da wird es ja auch beschrieben dass die medien im grunde mittlerweile eine eigene politische agenda entwickeln und ich glaube das ist offensichtlich dass das ein problem ist das wir haben und dann versuchen das haben wir ja auch bei der ganzen diskussion über immer mehr waffen lieferungen erlebt also versuchen die politik dann auch in diese richtung zu treiben in die sie sie eben haben wollen und das ist natürlich offensichtlich ein problem zumal wir es ja damit zu tun haben dass es in den medien ja einerseits eben den anspruch gibt selber politische akteure zu sein und andererseits aber auch eine ziemlich große homogenität das heißt es bildet sich ja auch nur noch ein bestimmtes sozioökonomisches und politisches spektrum ab aus dem eben die journalisten entstammen wofür sie nichts können aber das wirkt dann eben so zusammen dass eben nur noch eine bestimmte politische richtung sehr stark dominiert und eben dann auch den anspruch entwickelt auch die politik zu beeinflussen ich halte es für eine sehr problematische entwicklung die ja jetzt für uns irgendwie an diesen end dieser woche so einen traurigen höhepunkt erreicht hat alice schwarzer schloss die kundgebung mit den worten ich zitiere aus dem gedächtnis wir erleben den beginn einer neuen politischen bewegung oder einer bürgerbewegung sagte wickler es gibt nur viele menschen die durchaus mit den ideen von wagenknecht und schwarze und ihnen sympathisieren die aber auch wissen dass die linke nicht mehr ihre politische heimat ist der die auch erwarten natürlich dass man irgendwas passiert jetzt auch in diesem zusammenhang also eine bürgerbewegung oder keine neue parteispikulation gibt es ja schon seit längerem diesbezüglich was können sie uns da verraten einer hat eine aus dem engsten zirkel der also ja den eindruck möchte ich gar nicht erwecken dass irgendeinem engen zirkel mich aufhalte oder irgendwelche oder einfluss nehmen sogar oder so das ist wenn es so wäre würden sie sehr interessant das ist sicher nicht so aber was stimmt was ich natürlich auch feststelle was er an sich auch nicht schlecht ist was ich gesagt nach der veranstaltung als das video nicht los ging hat sie angerufen und gesagt doch was ist da los oder hat sie kühl wie ein heißblock darauf reagiert was sind was kannst du erzählen nein sie hat naja nach außen hin würde ich sagen hat sie wesentlich gelassener reagiert als ich das gedacht hätte oder als ich auch selber drauf war sag ich mal aber ich bin mir sicher dass das natürlich ein anfasst und es gibt ja auch wirklich das sind ja auch extreme situationen also wenn man sich zum beispiel die situation bei glamroth vorstellt hand aber fair da kommt jemand ziemlich großer mann mehrmals hinter seinem moderatorenpult vorgelaufen baut sich vor ihr auf sie ist eine ziemlich zierliche persönlichkeit und und herrscht sie im grunde an und verbreitet dann auch noch wie es sich hinterher herausgestellt hat ein falschen fake news ja also versucht sie der fake news zu überführen und verbreitet dabei selber fake news wie er der wdr mittlerweile auch einräumen musste aber das ist eine extreme stress situation und natürlich hat hat es ja dann auch mal noch ein nachspiel dann wirst du irgendwie einen tag lang von den medien dafür zerrissen dass du dich von dem klamot hast irgendwie belehren lassen müssen dann kommt raus es war genau umgekehrt aber das ist da steckt ja auch viel arbeit und stress für alle beteiligten dahinter also das bleibt nicht einfach spurenlos natürlich muss man sich wehren ich habe mich auch gewehrt gegen eine falsch darstellung im tag gespiegelt die mich betraf aber vorher geschrieben da wurde geschrieben ich hätte eine querfrontdemonstration organisiert und außerdem in einem anderen gastartikel in der berliner zeitung den ich veröffentlicht habe nach der kundgebung hätte ich irgendwie dies und das und jenes verschwiegen also da wurde quasi ein absichtsvolles verschweigen unterstellt und das war wirklich also der ganze beitrag war fand ich jetzt doch eher abschneiden und da habe ich mich dagegen gewehrt auch erfolgreich aber das sind eben das ist stress das nimmt zeit und energie in anspruch und das einfach ein einziges ärgernis so jetzt wollten sie aber eigentlich auf etwas ganz anderes hinaus nämlich auf die leute die jetzt bestimmte erwartungen haben eine ganze menge wenn man sich so die menschen anhört wenn man den sozialen foren liest was so geschrieben wird gibt sehr viele menschen manche beklage auch das wagen vielleicht wahrscheinlich schon den zeitpunkt verpasst hätte etc werden die jetzt erwarten dass sozusagen wie ein apfel der überreicht vom bestand zählt jetzt eine neue partei entstehen aus der niedergehenden auseinanderbrechenden linken also sagt ja wie sehen sie das persönlich als politiker linke sehen sie jedoch die linke als ihre politische heimat sehen sie noch mal tache das bitte jetzt die wählerinnen und wähler erwarten das doch auch die menschen draußen im lande wie ich weiß aber ich erlebe das ja selber ich werde auch jeden tag das muss doch also man könnte schon sagen durchschnittlich vielleicht einmal am tag die beherrschaft auf dieses thema angesprochen und leute aber ja natürlich ja aber auch von ganz normalen leuten die hier zum beispiel dieses wahlkreisbüro kommt bitte die mich auf der straße kennen oder so das gibt es auch aber ganz so also ich verstehe dass das leute hoffnung haben ich finde es ja auch gut also mir ist es lieber als wenn leute resigniert sind ich denke es ist ja auch einfach ausdruck dessen was ich vorhin gesagt habe dass eben viele leute sich gar nicht mehr politisch vertreten fühlen offensichtlich leider auch nicht von der linken und dass leute auf eine politische also auf eine darauf warten dass jemand ihre politischen interessen ihre sozialen interessen stärker artikuliert als das bisher der fall ist und sie auch ernst nimmt weil die meisten leute glaube ich haben das gefühl oder viele leute ich die meisten aber viele genau die von denen wir jetzt reden haben das gefühl dass das was sie politisch wichtig finden eigentlich gar nicht aufgenommen jetzt beschreiben sie die politischen gemengelder aber also wenn ich sagen dass ja ich kann das nicht so einfach beantworten meine partei fällt eben nicht wie ein reifer apfel vom baum nicht die partei aber eine neue partei oder dass die das die schon gar nicht die liege hat morscher baum der apfel das ist ein bisschen zu simpel und natürlich ist es ja auch so also erstmal trennt man sich nicht so einfach von der partei in der man 25 jahre lang mitglied waren und wo man sein ganzes leben seine ganze energie und seine ganze kraft investiert hat und man weiß ja auch gar nicht ob das leben das einem noch bleibt wo die energie und die kraft die man noch hat überhaupt ausreicht für eine noch mal eine neue partei zu gründen also das ist das ist nicht banal von allen anderen sachen abgesehen sprechen wir zur wagenrecht oder für sich ich spreche jetzt nur für mich ich interpretiere überhaupt nicht irgendwelche anderen leute und schon gar nicht von wagen nicht da gibt es genug leute die sich das immer wieder anmaßen ich vertraute zu sein und sie irgendwie vertreten zu können ich vertrete niemanden ich sage jetzt mal wie ich das sehe weil ich auch selber oft darauf angesprochen werde also ich finde es die entfremdung ist da da muss man nicht drum herum reden sie ist größer geworden durch das verhalten der linken führung am 25 zweiten und drumherum aber was auch zur wahrheit gehört ist und das sollte sich die linke führung auch zu herzen nehmen natürlich hätte der 25 februar auch nicht stattgefunden in dieser größe und so gut organisiert ohne mitglieder der linken also sowohl im organisationsteam waren etliche mitglieder der linken nicht nur ich die busse die kamen aus ganz deutschland waren überwiegend von linken kreisverbänden und linken kreistagsfraktionen organisiert und ich würde sagen von den vielen menschen die da vor ort waren waren sicher auch sehr viele wahrscheinlich tausende mitglieder und wähler der linken das ist eben auch die linke und das ist eben das darf man auch nicht außer ja aber die linke und deswegen ist auch das würde ich sagen ist das jetzt auch nicht eine spaltung zwischen seiner wagenknecht und mir und bei anderen auf der einen seite und der linken auf der anderen seite sondern dass das ist ein riss der geht ja durch die linke durch und es ist teilweise ich finde es ist sogar ein oben unten eine kluft zwischen oben und unten denn die funktionäre die landesvorstände der bundesvorstand die fraktionen in den landtagen da hat uns niemand unterstützt allenfalls heimlich und von den mitgliedern aber natürlich sehr viele und deswegen ist das das ist eben auch die linke wenn das so ist wie sie ganz skizzieren könnte sicher die basis wie sie sagen mit den ideen von ihnen und wagenknecht und so weiter identifiziert ja die funktionärselite stürzen und dann die linke beibehalten aber das ist wahrscheinlich auch nicht dass es gibt leute die sich das so vorstellen und wünschen und es gibt ja diese zum beispiel ich weiß nicht ob sie gelesen haben von michael bre einen ticke deutschland der ja anträgt einen sonderparteitag bitte auf die beine zu stellen um eben diese führungsfrage zu klären und auch richtige politische fragen zu klären und das ist natürlich auch ein ansatz den ich total gut nachvollziehen kann ob er aussichtsreich ist weiß ich nicht weil ich glaube sonderparteitag einzuberufen ist nicht ganz einfach also da muss man viele delegierten unterschriften zusammen bekommen und dann ist es ja immer noch so wenn der parteitag stattfindet es ja immer noch dieselben delegierten die die aktuelle führung ja auch gewählt haben das heißt man muss natürlich auch entsprechend so einen parteitag dann vorbereiten um die delegierten davon zu überzeugen dass es einen neuanfang braucht für die linke das ist alles nicht ganz einfach aber klar als ich das gelesen habe von michael bre war mir das jetzt durchaus sympathisch weil ich glaube das ist ja das was der linken fehlt eine politische führung herr king wie geht es eigentlich jetzt weiter werden weitere demonstrationen geplant vielleicht einmal im monat bis in den sommer und frühling hinein war das eine einmalige aktion werden frau wagenknecht auf der schwarze weiterhin als duo auftreten oder werden die beiden damen die doch auch zwei alphatiere sind sich irgendwann zerstreiten ist ein bisschen eindruck also ich würde sagen ich finde die kombination sarah wagenknecht und als schwarzer genial und was ich sagen ich bin normal wie viele menschen ärgert auch also das aus verschiedenen gründen ist sie genial die kombination erstens einerseits total überraschend wer hätte schon damit gerechnet oder wer hätte die beiden so auch zusammen gesehen andererseits ist es total als ich erlebe seit total harmonisch und auch passt irgendwie sind natürlich ein altersunterschied und so aber das ist nicht schlimm finde ich passt trotzdem ergänzt sich eigentlich sagt man ein altersunterschied wollen wir doch hinzufügen einen gewichtigen von ja natürlich klar sicher aber irgendwie ergänzt sich gut ich fand die waren super zusammen auf der bühne und ich finde dass die ja dass das irgendwie bestimmig war alles in allem und ich glaube dass das auch als ich bin davon überzeugt dass es auch so weitergeht mit den beiden und sie haben ja selber beide von der bühne aus also also haben sie ja schon gesagt eine bürgerbewegung oder was angekündigt und auch gesagt dass es weitere aktivitäten geben wird und darüber reden wir auch das muss es auch geben weitergespräch diesbezüglich natürlich also natürlich werden wir auf weitere aktivitäten planen oder auch die lokale kann man sich jetzt also wenn sie jetzt dezentral lokal die gruppen bilden also finde ich muss man das auch unterstützen andererseits ist es natürlich dann auch von vorteil für weitere zentrale aktionen wenn die dann eben auch dezentral unterstützt sein kann ich habe vorhin das problem mit den busen angesprochen dass natürlich könnten wir viel mehr leute aus ganz deutschland nach berlin holen wenn überall jeder stadt lokale friedensgruppen so eine mobilisierung unterstützen könnten also passt gehört das zusammen und ich glaube schon dass wir dass wir eine zweite große umgebung brauchen jetzt meine persönliche meinung wir haben dazu noch überhaupt nichts entschieden oder so aber in kürze oder in nahem ferner zukunft ich würde damit nicht zu lange warten aber möglicherweise muss man es auch einfach abhängig davon machen wie die politische debatte weitergeht also sagen wir mal so wenn jetzt diese ganze kampf chat diskussion noch mal groß wird also eine neue eskalationsstufe gibt dann finde ich muss es auch eine neue großgrundgebung geben und jetzt wissen wir ja wie es geht und wie wir die leute erreichen und dann denke ich bei besseren wetter wird das vielleicht auch noch noch kraftvoller gestatten sie meine letzte frage king was glauben sie sehen sie sich selbst sie und ihre bewegung ihr umfeld ihr politisches denken so als dieger der geschichte glauben sie dass das dass sich das so ein bisschen dreht die 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 meinung der bevölkerung beobachten sie das momentan im vergleich von vor einem jahr als der krieg begann oder glauben sie die fronten werden sich weiter verhärten und zwar so stark dass sie vielleicht auch irgendwann in eine position kommen wo sie vielleicht an die periferie der gesellschaft gedrängt werden haben sie diese option auch im kopf als angstszenario eventuell genügendlich also als sieger der geschichte sehen uns überhaupt nicht ganz im gegenteil weil wir sind verfrieden und wir haben krieg wir sind nicht der sieger es passiert genau das gegenteil in der realität von dem was wir wollen und das ist ja auch eigentlich der maßstab finde ich für politischen erfolg also wir haben krieg damit sind wir nicht der sieger der geschichte sondern erst mal der verlierer wir haben eine wirtschaftliche und soziale entwicklung in deutschland die ja auch mit diesem krieg und den folgen davon stichwort sanktionen gegen sanktionen und so weiter energiepreiskrise damit zu tun haben die viele menschen hier in richtig krasse schwierigkeiten bringen und auch da würde ich sagen sieger der geschichte sind wir erst wenn wir diese missstände berufen haben aber vorher nicht jetzt sehen wir doch dass sich die situation für die meisten leute immer weiter verschlechtert wir haben inflationen über acht prozent immer noch obwohl wir vor ein paar monaten angekündigt wurde wurde dass die inflation demnächst ganz stark zurückgeht bin gespannt aber bis jetzt haben wir starke inflation riesigen lohnverlust ein monatslohn pro jahr bei den arbeitnehmern und natürlich irgendwie das damoklesschwert dass dieser krieg immer weiter eskaliert und möglicherweise ja auch hier die menschen noch viel stärker betreffen wird von daher sieger der geschichte überhaupt nicht erst wenn wir wirklich unsere politischen ziele auch erreicht haben was sie wahrscheinlich hinaus wollen ist wir bekommen zuspruch oder die leute ändern vielleicht ihre position in unsere richtung ja das dafür arbeiten wir das hoffe ich und das glaube ich auch ich meine wir wissen ja auch dass wir sehen es ja auch an dem zuspruch gesehen ist bei jeder veranstaltung die durchführen bei der kundgebung aber auch bei kleineren veranstaltungen ich habe jetzt gerade heute ein video gesehen von einer veranstaltung mit klaus ernst und sara nagenknecht in schweinfurt also das war eine so krasse stimmung so viele leute die da gekommen sind die stadthalle in der das stattgefunden hat die platze aus allen nähten die leute waren wirklich so auch emotional berührt und so sind also mitgegangen und es waren ganz normale leute hat man gesehen im publikum also mittel mittleres alter leute die mitten im arbeitsleben stehen leute die man sonst eben als linke nie wirklich vor zu politischen veranstaltungen mitbekommt und das finde ich das ist natürlich ein großes also dass das muss ja auch unser anspruch sein und wenn das mehr mit mehr auch gelingt eben leute die wirklich im arbeitsleben stehen die mit den konflikten problemen auseinandersetzungen die unsere kapitalistische gesellschaft hervorbringt direkt zu tun haben nicht nur als studenten oder irgendwie als funktionäre aus oder oder wie aus von der verwaltung her betrachtet sondern die mittendrin sind in diesem konflikt wenn die leute sich wieder für linke politik interessieren dann können wir über sieger der geschichte reden aber meine zweite frage war ja innerhalb dieser frage ob sie auch fürchten opfer von repression zu werden es wurde ja schon ein meinungsbeitrag im redaktionsnetzwerk deutschland geschrieben frau wagenknecht sei eine gefahr auf die demokratie wir haben ähnliche entgleisungen teilweise aufrikalsprache von kolonisten und meinungsmachern haben sie bedenken dass sie manchmal auch vielleicht dass diese pression stärker werden je stärker sie als bewegung werden dass man sie versucht auszuschalten haben sie solche befürchtungen glauben sie ja klar in so einer demokratie kann das nicht passieren das sehen wir dass das passieren kann also wir haben es ja vorhin hatte ich ja schon mal angesprochen die gefährlichste frau deutschlands oder eben hier diesen redaktionsnetzwerk deutschland eben mit der gefahr für die demokratie das ist natürlich hoch gefährlichsten das ist gefährlich für die person das sind also ich hätte mir diese ja ich hätte mir diese form von wirklich persönlicher diffamierung und wirklich hetze hass und hetze nicht vorstellen können und jedes mal denke ich noch schlimmer kann es eigentlich gar nicht werden aber wahrscheinlich ist das nach oben offen die skala insofern natürlich klar je stärker der politische einfluss ist den man hat je stärker man vielleicht auch als gefahr für die herrschende politik für die bestehenden zustände wahrgenommen wird desto wermer muss man sich anziehen das ist klar wir werden das weiter intensiv verfolgen ihre politische entwicklung und die politische entwicklung ihrer bewegung oder wie man das nennen möchte vielen dank alexander king für das interessante gespräch bis zum nächsten mal dankeschön dankeschön